Und herzlich Willkommen zu Let's Play Saints Row! Wieder mit dabei ist der Gunnar. Jaja, du bist ja dabei. Wie letztes Mal, wir sind jetzt nicht hier wo wir letztes Mal aufgeteilt haben. Wir wurden irgendwie beim Start wieder auseinander gesprungen, aber ist ja... Ist ja relativ. Ich habe jetzt gerade die erste Datensammlung. Eine schöne Datensammlung habe ich gerade eingesammelt und du hast das alles eingesammelt. Ja, du brauchst mir hier wieder alle Datensammlungen wie immer. Ahja, das übliche. Die Datensammlung ist gerade weg. So, ich habe eigentlich keinen Fall, was müssen wir eigentlich machen? Eigentlich töten, was? Ja, wir machen jetzt mal kurz ein paar Datensammlungen, damit wir upgraden können. Ja klar, immer doch. Wo sind denn die? Da hinten ist eins. So, jetzt ein bisschen Wandjumping machen. So, da. Da ist noch eins. Ich habe einen eingesammelt. Wuhu! Ich müsste Präsident hier wie immer, ne? Ich bin ja immer mit der Präsident. Äh, ja. Ich werde später auch Präsident. Ich werde später Präsident. So, jetzt schon. Dann müssen wir uns gleich mal umziehen. Mal machen. Denn meine Kleidung nervt mich langsam. Ich wieder nackig machen. Ich mach mich nicht nackig. Da oben ist nicht. Bam, Junge. Einfach mal getötet. Hast du jemanden getötet? So, und hier die Klopapierrolle. Nein. Was haben wir hier? Irgendeine Creme. Was ist denn eine Creme? Willst dein Pilz loswerden? Nein. Ich werde beschossen. Was ein Jump. Ich habe ihn getötet. Nein. 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 Du kriegst viel Schaden gerade. Nein. Nein, mein Spiel hat sich aufgehakt. Nein. Doch. Ja, hat das Spiel verlassen. Ja, ja, wir haben gerade ein paar technische Probleme. Ist ja egal. Ich lass meine Aufnahme jetzt weiterlaufen. Ich hab jetzt abgebrochen. Ja, ich lass meine Aufnahme trotzdem weiterlaufen. So, du halt. Ja, bei mir sieht man das halt nicht so viel. Da fehlt dann halt was. Ja, da fehlt ja nichts. Ich spring ja eh nur durch die Gegend. Ich mach ja keine Mission. Gestern hat's auch funktioniert. Hast du mal geguckt, ob du's wieder optimieren musst? Gibt's halt diese nette Funktion. Ich mach's mal. Ich guck mal. Ja. Aber eigentlich sollte es ja drinnen dabei, ne? Ja. Bist du im Vollbild gestartet? Ja, ich bin im Vollbild gestartet. Spiel ist optimiert. Ja, gut. Vielleicht war es nur ein kurzer Fehler. Wie gestern. Ja, kann sein. Gestern hat's ja auch dann funktioniert. Nachdem wir optimiert haben. Oh. Haben wir ja jetzt nicht gemacht. Ist ja egal. Müsst ja trotzdem fuchsieren, weil's ja optimiert ist. Sind's nicht schlimm. Keinem fuchsieren. Es gibt immer Technikspieler, Leute. Ja, stimmt. Immer alles im Arsch. Es ist halt heutige Technik. Geht alles in meinen Arsch. Ja. Ja. In den Popo. Mein Pülchen. In den Popo. Mein Pülchen. Alles voller Arsch. 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 Was. Gebrochen. Weil ich jetzt erst hier Schuhmacher und jetzt. Ja, ja. Sie wollte das nachmachen. Wurde auch populär werden. Wuhuu. Schieß. Nein, aber jetzt äh nicht. Jetzt bleiben wir mal ernst. Aber wie kann das sein? Beim langen Skilauf. Also nicht Abfahrt oder sowas. Beim langen Skilauf. Ist sie hingefallen. Hat sich fast ein Steißbein gebrochen. Und ich kann, sollte uns eigentlich lassen. Ja, aber trotzdem beim Skifahren. Beim normalen Skifahren. Ja. Aber will ich auch schaffen. Wenn ich irgendwo, wenn du, wenn du ungünstig hinfällst. Ja, aber dann musst du ja erstmal richtig fallen. Lol. Oh, oh. What the fuck. Was denn? Äh, ja. Ich fall hier gerade einfach mal. Irgendwie. Ich hab mir die Auto geklaut. So, 20 Datensammlung habe ich schon. Datensammlung, 13 steht bei mir. Hä? Bei mir steht 13. Kriegst du auch was, warte? Kriegst du jetzt 14? Ja. Ja gut. Dann hab ich für dich jetzt mit. Jetzt haben wir uns gegenseitig. Das ist gut. Ich hab hier auch noch eine. Jetzt hab ich 15. Ja, ich hab 22. Wuuu. 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 das war sowieso langweilig hier er hatte die 40 gleich haben damit die hier noch ein die ich gerade noch sehe ich guck gerade wir hatten es am 29 36 habe ich jetzt das meine jetzt geht es weiter in 10 voraus anscheinend ich sehe ich keine mehr ich konnte mich also in so ein symbol wo man reinlaufen kann da kommt irgendwas das daten dann 32 das hier ich habe gerade die über mir irgendwo ist ja ja das ist normal ich meine ich bin ja bei irgend so einem kreis ufo von vandalismus starten schwierig nein 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 verlieren wir gleich noch am anfang das ist ja peinlich wollen wir nicht jetzt habe ich den letzten und da ist was du übersehen hast du hast eine pause gemacht ich wollte upgraden das hier wo bist du denn? wo bist du denn überhaupt alter? mitten auf dem dach spring verringert schaden jump alter wie viele wie hat man so viele? dann erstmal sprung erhöhen wir haben hier noch auf dem weg zu dir noch ganz viele ein 3 stück fehlen noch dann kann ich das letzte upgrade machen was ich jetzt gerade kann ja ich habe gerade mal einen update gemacht wir sind von jedem ein einmal ich würde alles machen was du kannst ja mache ich auch boah das zehnt es ist jetzt 9 einer fehlt noch weißt du was mir auffällt was denn? du hast vergessen die ganze zeit aufzunehmen als ich wieder angestanden habe und mein schwert hat sich schon wieder aufgehakt ja siehst du das ist zum glück jetzt nicht aufgenommen aber wieso hättest du das jetzt schon wieder auf? ja vielleicht passiert jetzt noch einmal und dann war es das ja toll hast du kein wocht drauf du stellst dich an so luftstrom ein aa loch ist das luftstrom jawoll jetzt kann ich gleiten jetzt fiel mir 15 damit ich gleiten kann dann nicht wenn ich es ist jetzt gerade eine sehr spannende folge aber bei mir stützt alles ab bei dir stützt alles ab so mir stützt besser wir müssen immer ein bisschen action hier machen also die ooooh ja dafür musst du auch äh spielen können ja das ist ne voraussetzung wenn ich muss einfach mal kurz wenn ich muss einfach kurz ne einstellung ändern dann machst du wieder auf optimieren vielleicht geht es dann wieder ich habe ja gerade wir zurücksetzen wieder optimieren gemacht also das ist auch eine gute Zeit ja wieder annehmen ich möchte schießt das mit mir spielts datenlamo 37 ja so jetzt habe ich wieder aufnahme gedrückt man kommt jetzt wieder abstürzt werden wir gleich merken das datenlamo 39 ja ich baue noch 15 stück was dann ne nicht 15 stück acht stück noch dann kann ich das letzte upgrade dann kann ich das letzte upgrade kaufen ja du musst du einfach umstand und den einfach auch abgekaufen oder was ja machst du das hä was ist das und was auf tab tab na auf Fähigkeiten ne gar nicht Kräfte sind das Kräfte ja Kräfte neues upgrade da muss dann verringerte Schaden Tempo übernehmen fortfahren bitte muss mal alles durch machen was du kannst und so viel Punkte wie du hast mindestens und da ist er 15 ist er schön super sprung luft sturm er wird nicht genug und da in der Welt ja o das meine ich so mache ich hier mal auftritt jetzt mache ich mal Boni ich bin ein bisschen mehr Geldkriege so ich bin eine Ambu ich bin eine Ambulanz eine Ambulanz und ich habe einen Schmast hingefahren so ich würde mal sagen wir gehen uns jetzt Klamotten kaufen ich kann mich abholen ich kann mich abholen das ist so geil diese Ambulanz danke danke vielen Dank ich wollte damit fahren sehr geil hier mein Ambulanz lass bitte mein Ambulanz fahren eine ok nein lass das ich mach nix wer schießt jetzt auf mich Polizei warum keine Ahnung du hast mich getötet ich hab dich nicht getötet ich hab nur ein Auto in die Luft gejagt ja warum machst du so ein Scheiß auch so aufträge er hat schon wieder angeschossen ey soll man eigentlich auch sterben irgendwie erkunde im Turm äh Anpassung so geil diese Sirene alter so da müssen wir hin so geil diese Sirene alter so da müssen wir hin so geil von den Ambulanz in Amerika alter so da müssen wir hin so geil von den Ambulanz in Amerika alter gut so könnt ihr Leute mal schreiben was das ist also ob es das auch woanders gibt so ich will mir mal Klamotten kaufen ich guck erstmal bei Anzügen was es so gibt ich guck mal ob ich die Rampe hier schaffe ich will aber viel Anlauf nehmen nee nee gefällt mir nicht viel Anlauf nehmen Outfits was gibts denn hier oh da rückwärts die Strecke runter hallo brickstone erkundet aha ja Zero Saiyans ist der von Anfang an das ist der geile BAM Rekordstand das ok hier ist nichts besonders das bedeutet ich muss mal mein Ding selber erstellen und ich hab hinten keine Türen mehr das ist doch egal ich hab das vor keinem von hinten drin aber dann würde ich jetzt raus gucken natürlich nehmen wir so ne hässliche nee so ne Hipster Brille Hipster Sonnenbrille bitte lass mein Wagen heilen ok ja so eh einkaufen nein ich möchte keinen Hut ich möchte den Oberkörper ändern BH haben wir natürlich keinen ey ich hab doch keinen gesagt schick Oberkörper Kultor Boah was nehmen wir das das sieht gut aus Boah nehmen wir eine kurze Kette ja ist mir egal Rucksack haben nehmen wir keinen Unterkörper oder öfter kaufen köpk was passt denn so zusammen wir machen ja im anime kein ein bisschen modisch muss das ja schon sein zurück abbruch Unterkörper das passt halbweg, kaufen wir es doch mal heim kaufen wir mal schuhe mal gucken ne, das passt nicht speitzeithose paar fuss auf gar keinen fall... das sieht hästlich aus nö 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 ehm ja nö nein geil ich muss jetzt dazu passen kaufen und übernehmen das dürfte passen ich guck mal weiter okay das passt am besten finde ich zumindest Unterwäsche kaufen natürlich nicht sieht man nicht präsidenten schuhe habe ich hier 80er stiefel stiefel kann ich anziehen er hat alles mögliche anziehen flipplobs es kommt ja ich ich bin fertig bei jemisch um ich habe dich nur geschlagen ja danke das darf ich nicht mehr einkaufen warum habe ich jetzt alter wieviel du die zeit kriegst ich werde wenn du mich schlägst was soll denn der scheiß ich hätte festgenommen und die polizei und alles weil ich geschlagen werde was ist das für eine scheiße welt bitteschön fair play aber aufs übelste versteck dich einfach irgendwo nicht so einfach mit dem ambulanz fahrzeug mein drift gelegt nur weg damit jetzt wurde ich noch angefahren vor der polizei ich werde noch beschossen aus ab aufs dach einfach hoch da wieder hoch kommen jawohl sieht gut aus hier ich habe eine neue waffe hör auf zu schießen hör auf zu schießen aber ich gehe nicht her keine ahnung ab drüber auf das andere dach wie machst du das denn hä ich habe was gemacht so weit zu springen mit gleiten soll 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 nur ganz kurz muss gedrückt halten shift habe ich ja gemacht und ich konnte nicht so lange achso ja gut dann hast du noch nicht gleiten ne doch ich habe schon aber nur ganz kurz also auf erster stufe ja es ist ja kein gleiten das ist boost soo ich bin weg von der polizei hab keine sterne mehr du auch ja gut dann holen wir uns mal ein fahrzeug ambulanzfahrzeug ne das kannst du nicht tun ich kann wirklich nur einmal ganz kurz gleiten ich kann wirklich nur einmal ganz kurz gleiten ich kann wirklich nur einmal ganz kurz gleiten was wir sind schon wieder kops aber die schießen die sind bei mir freundlich ja ich bin zwar auf den gelandet aber denen ist es anscheinend egal weil wolltest du kuscheln sagst du einfach ich habe einen stern lol wieso habe ich jetzt auch einen stern bekommen ich habe gar nichts gemacht es ist egal wir kriegen beide immer gleich vier sterne achte dich weißt du es eigentlich ich habe ein auto geholt ich habe keinen blauen pfeil hast du nicht? ne na gut dann folgt mir einfach geht der wieder um ey ich muss ja die polizei loswerden ich werde beschossen ich werde beschossen ich habe keine bullen mehr ich auch nicht hier rein da rein und da musst du einfach nur kurz was ähm Ding machen na nicht rein du musst warten bis du draußen bist naja ich mache auch nur kurz was geht bei mir schnell wenn behältst du das auto kann man irgendwie auch einen piele da reinbringen oder so ne du musst n drücken n drücken ja dann kommt einfach wieder dann kannst du es mal wieder anrufen dann kommst du dir lol ich rufe mein Auto an haha Auto komm her wie heißt er nochmal Kick ne ne wie heißt das Auto nochmal was sprechen kann äh Herbie ne das kann ich sprechen das kann du selber fahren und denken Knight Rider heißt der Film glaube ich Gott ist das scheiß Auto scheiß Tune egal kaufe ich einfach mit Knie äh Kappen übernehmen zack übernehmen so die Mission müsstest du jetzt auch abgeschlossen haben ich habe überhaupt keine Mission gehabt gar nichts Auftrag abgeschlossen Anpassung fertig Motorhaube da ist er einfach gegen mein Auto gegengelaufen übernehmen 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 ich will aber ich will aber du willst aber gar nichts ich will aber ich will aber du willst aber gar nichts fahren da war jemand Hupsala es war ungewollt geil 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 glück guck aufgere nämlich kein huh aufgere nämlich kein tank äh ding ähm sparkassen weil ist geldtransporter was vor mich ist gerade äh geldtransporter gefahren warum nicht ne ya Ich will mich drehen dabei, wie geht das? Ja, fahren wir doch in die Karre. Bäm, Junge. Hälter! Ehm. Halt mich jetzt. Nein, nein, das Ding möchte ich haben, das Ding möchte ich haben. Das ist meine Karre. Das Ding möchte ich haben. Egal, nämlich das Ding. Das ist eine Bodenbeleuchtung, Alter. Geiles Ding. Ich habe Platten. Egal, die Karre gehört mir. Das ist meine. Geht mal Gas da drinnen. Oh. So tief. Oh, sieht das schön aus. Gebeinachs. Was ist das? Warum Garage? Ich habe Garage. Hä? Pacemiker habe ich hier. Ja, das ist dein Auto, was du gerade hast. Anpassen. Anpassen. Herausholen. Hast du schon, genau. Einfach nur wieder rausfahren. Oh Gott, sagst du was übernehmen, Alter. Das ist ein Auto, Alter. Das ist ein Auto. Das ist jetzt mit einem Polizeiwagen. Ich könnte einfach nur blau dich oben drauf machen. Achso. Verkleidung. Das ist eine Karre, Leute. Das ist eine Karre. Koffe ich noch. Ich habe euch jetzt meine Meinung. Jawoll. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, was man machen kann. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich irgendwas verändern soll, ob ich was. Aber auf jeden Fall bei einem anderen Auto war. Das ist nicht geil. Das sieht gut aus. Das machen wir mal. Nein. Mit Nitro, natürlich. Mit Nitro. Mit Nitro konnte ich nicht. Doch. Kannst du auch. Baaaaaaaahhhh, miiiiiiiick. Kann ich da auch rein, bitte? Kannst du nicht. Nur wenn du draußen bist. Ja. Oh. Entschuldigung, Lady. So, mein hier mein ganzes Problem. Kannst du das Geld ausgeben? What the fuck? Ich bin geschossen. Extra groß. Reifenprofil. Ich bin auf mich geschossen, alter. Das sieht cool aus. Soll ich mich mal eben verstecken. Ja, ja. Soll man sie gar nicht verstecken. Kaufen. What the fuck? Aber Leute, alter. Warum laufen die Leute auf der Straße, wenn da nur Raudi langfährt? So. Ich komm raus, ne? Ja, ich geh das mal ein. Ich will mich kurz verstecken. This is my town. Du wirst dich niemals verstecken können, solange ich hier bin. So. Weil ich nur wie der Polizei einzettel muss, dann hast du auch so viele Sterne. Weißt du, das finde ich verhindert, dass du, wenn du scheiße baust, dass ich die Sterne auch mitfliege. Okay. Was bist du denn? Ich seh hier hinten gerade irgendwo. Hier kommt irgendwann eine Person auf mich zugelaufen. Oh. Wieso zieht die mich jetzt raus? What the fuck? Die zieht mich alles geil aus. Meine Karre! Hihihihi. Da hat's Buben gemacht. Oh, meine Karre ist auch schon im Arsch. Genau die geile Karre. Geil, wa? Alter, Bullen. Verpisst euch. Fahrzeugbeferung. Da ist er doch. Hab ihn wieder. Doll. Oh, hier sind die Bullen weg. Ja. Wo hattest du denn Nitro, bitteschön? So geil, fertig. Fertig, kein Nitro. Kann man da irgendwie reparieren lassen? Auch wenn da man reinfällt, vielleicht repariert oder was? Ja. Musst du reparieren, oder nicht? Ne, aber Leistung hab ich noch gar nichts mehr gemacht. Richtig, da ist, da ist dann Nitro. Kostet aber sehr viel. Leistung. Serg die Stoßdonne bitte. So, mal ein bisschen durch die Gegenddüsen hier. So, mal ein bisschen durch die Gegenddüsen hier. Gassi, ja. Gib ihm. Kann ich nicht kurz einsetzen? Großschreiben drücken, also Shift. Toll. Ich hab Stachel bei mir drinne. Ja, ja. Uh. Voll egal. Wie lange hält das an? Ach jetzt. Mir sieht schon alles wieder voll im Arsch. Guck, was passiert, wenn ich jetzt mal mit so nem Auto lang fahre. Wer kriegt Platten. Ach, man, seid jetzt im Arsch. So, wir machen mal Missionen weiter, ne? Jo. Geh mal auf Tab und guck mal, was du für Missionen noch hast. Auf... Wo steht denn hier? Aufträge. Zwei Stück. Welche? Lern die Regeln... Ne, simulierte Aus... Anweisungen. Und bei Extras habe ich Herausforderungen, abgeschlossene Aufgaben. Nehmen auf Primäraufgaben. Lernen die Regeln machen, um zu Ende. Lernen wie man eigenen Präsenzschaden macht. So, müssen wir starten. Group-Auftrag starten? Ja. Na, Leute. Genau. Jetzt müssen wir das machen. Zerstören? Ja. Toll. Da gibt Deckung, der danach zerstört. Gut. Wir sind sehr gut. Zerstören Sie sich um den Hotspot gefangen? KINZI. Danke, wir machen uns.